Musik Die Lehre in der kantonalen Verwaltung ist mega vielzeitig und man lernt jeden Tag nichts Neues. Du erfährst viel darüber, welche Aufgaben ein Kanton zu leben hat. Wie zum Beispiel, was es als Brauch zum Haus bauen braucht, wie man einen Arbeitsvertrag stellt und wie man die Steuererklärung richtig ausfüllt. Die Lehre bei der kantonalen Verwaltung hat mir die perfekte Grundlage geboten, um beruflich durchzustarten. Ob im Studium oder in der Praxis, ich habe schnell gemerkt, dass meine Vielseitigkeit und mein Prätwissen am vorhandenen Umgang mit ganz vielen verschiedenen Leuten ein riesen Vorteil für meine Zukunft als Primarlehrerin ist. Ob du aus der Real-, Seco- oder Gymkunde kommst, ist zweitrangig. Wir suchen vor allem motivierte und selbstständige Lernende, die in deinem Team gearbeitet und Kundenkontakt haben. Wir haben dein Interesse geweckt, jetzt erfährst du noch mehr über die Lehre bei der kantonalen Verwaltung. Während deiner Lehrzeit kommst du einen Einblick in völlig verschiedene Aufgabenbereiche rüber. Der Grösste Teil der Kunden ist angenehm, aber manchmal musst du auch wissen, wie du in schwierigen Situationen zu reagieren hast. Das bringt dir aber viel für deinen weiteren Lebensweg. Du hast sehr wahrscheinlich das Gefühl, dass du in deiner KV-Lehr nur drei Jahre vor dem Computer sitzt. Aber wir können dir bestätigen, dass das nicht so ist. Du hast auch mal die Möglichkeit, mit dem Kantonsförsten in den Wald zu gehen oder eine Baustelle besichtigen. Unsere Arbeitsplätze widerspiegelt den Kanton, in dem das nicht alle topmoderne sind, dafür eine Mischung zwischen Tradition und Modern. Bei uns gilt der Tourkultur. Wir haben keine unnötige Hierarchien. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es der Standortkommission ein grosses Anliegen, dass die kantonale Verwaltung eine qualitativ hochstehende, eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung bezüglich des Lehrabys. Ich würde mich extrem freuen, wenn ich genau dich kennenlernen darf. Wir sind ein Stachsteam. Ob ein Lernender oder ein Landemann, alle Züge in den gleichen Strick. Du arbeitest mit Leuten zusammen, die du sonst nur in der Zeitung siehst. Wenn du die Lehre bei der kantonalen Verwaltung machst, kannst du dich auf ein cooles Team freuen. Jährlich haben wir mehrere Anlässe mit allen Lernendenzimmern. Dabei lehntest du nicht nur deine Mitstifte besser kennen, sondern hast auch noch einen coolen Ausflug gehabt. Einmal pro Woche kannst du entweder entspannen beim Yoga oder deine sportliche Zeit in der Turnhalle zeigen. Mitmachen sollt, egal ob jung oder alt, jeder kommt in Schwitze. Wenn du in der Buchhaltung nicht weiterkommst oder so ein schulisches Problem hast, dann kannst du dich auch bei deiner Oberstiftin melden. Sie spricht die gleiche Sprache und kennt die ganzen Herausforderungen der ganzen Lehre. Wir bieten eine interessante, eine vielseitige Lehrstelle. Du siehst in verschiedenen Fachbereichen. Du wirst gefördert und gefordert. Das hilft dir im privaten, wie im beruflichen Leben. Nach drei spannenden Ausbildungsjahren geht es an die Lehrabschlussprüfung. Mit Redlehrjahrstift haben wir Zeit, um uns vorbereiten und gegenseitig zu helfen. Besonder hilfreich ist die Simulation der mündlichen Abschlussprüfung. Sie hat mir nicht nur die Angst genommen, sondern hat mir auch gezeigt, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe. Noch heute denke ich gerne an meine Lehrzeit bei der kantonalen Verwaltung zurück. Mit Leville leite ich dieses Sportamt seit mehr als sechs Jahren. Ich bin froh, dass mir die Verwaltung den Weg hierher ermöglicht hat. Die Lehre auf der kantonalen Verwaltung ermöglicht dir das Zusammenarbeiten mit vielen tollen Leuten. Und vielleicht kannst du die eine oder andere Freundschaft fürs Leben schliessen. Wenn deine Leistungen gut sind und es dir bei uns gefällt, dann schauen wir, dass du auch der Lehrer bei uns weiterarbeiten kannst. Wir unterstützen dich auch bei unserer Weiterbildung. Ich freue mich darauf, dass ich weiterhin einen Teil der kantonalen Verwaltung sehen darf und das Wissen und die Fähigkeiten, die ich mehr in der Lehre angeeignet habe, darf anwenden und natürlich an die neuen Lernenden weitergehen kann. Erlebt fürs Leben! Bist du interessiert, dann melde dich beim Personalamt für Schnuppenlehre. BR 2020 –